In der Kita und das Chaos So, ich habe irgendwie Lust zu kochen. Ich auch. Was wollen wir denn kochen? Eine Suppe? Nee, ist nicht so mein Ding. Ich mag Nudeln mit Tomatensauce. Und vielleicht können wir dazu noch einen Tee kochen, weil wir ja eine Teekanne haben. Ja, das ist eine gute Idee. Aber erstmal müssen wir den Topf nehmen und Wasser reinfüllen. Aber nicht ganz voll. So, jetzt befülle ich ihn. So richtig? Ja, aber jetzt musst du stopp, stopp, nicht weiter. So, jetzt müssen wir ihn erstmal auf den Herd stellen. Und jetzt den Deckel raus. Super, das Essen blubbert. Wollen wir lieber was anderes machen? Ganz schön langweilig in der Puppenküche. Da hast du recht. Wollen wir malen? Ja. Marie, Leonina und Lea, können wir malen? Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr seid nur nicht aus der Kita raus. Also jedenfalls vom Gelände. Okay? Okay. Oh, hier hört man ja Geklimper. Ist bestimmt das Telefon. Stimmt. Annabelle und Mara spielen da dran. Oh, hi Jungs. Hi. Super, es sind noch zwei Stühle frei. Na komm, Lena. Das ist ja gut hier. Ja. Gib mal die Stifte bitte rüber, Jungs. Und bitte die Blätter. Warum braucht ihr die denn? Wir wollen mal die Kita verschönern. Wirklich? Bitte. Okay. Mann, Jungs, doch nicht so. Das ist eben typisch Max und Leon. Ja, hast du recht. Lena, wollen wir was zusammen malen? Ja, können wir. Was denn? Hm, ich habe eine Idee. Wir können richtig schöne Blumenwesen malen mit einem Haus. Und einen Elefanten. Na ja, meinetwegen. Puh, ich kann jetzt schon nicht mehr. Wir haben ganz schön viel gemalt. Da hast du recht. Was wollen wir denn jetzt machen? Wir können ja mal irgendwann mal raus. Ja, da hast du recht. Aber erst müssen wir aufräumen. Hm. Hier, Jungs, das könnt ihr wieder haben. Na komm, Mara. Ja, ich komme ja schon. Ich kann mich hier nicht hetzen. Können wir raus? Ja, ich habe das ja euch schon vorhin gesagt. Ihr könnt raus, aber nicht vom Grundstück weg. Okay. Puh, wie sieht es hier denn aus? Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott. Ich glaube, das war ein... Da ist ja auch mein Rucksack bei. Ja, ja. Ich glaube, das war irgendwie ein Unfall. Oder so. Wir räumen sofort auf. Ihr könnt rausgehen. Okay. Puh, hier ist aber viel los. Ja, da hast du recht. Aber guck mal, das Pferdchen ist noch frei. Oder wir können ja auch rutschen. Auf der Schaukel, da ist keine Schlange. Da hast du aber auch wirklich immer recht. Ich bin jetzt auf das Pferd. Und das ist so cool hier. Jetzt habe ich ja keine Ahnung. Lass uns doch lieber rutschen. Das ist viel besser. Ja, okay. Nico. Was will ich? Was denn? Ja, wir wollen jetzt auch rutschen. Ja, ihr könnt ja jetzt auch. Na, Kamara. So, jetzt sind wir oben. Okay, mal gucken, wie er rutscht. Ja. Hui. Ihr könnt ruhig vor mir. Das ist aber nett. Ja, ich rutsche ja schon. Hui. Jetzt bist du dran, Lena. Ja, ich weiß. Warte mal. Hui. Ist ja echt cool. Jetzt ist aber rutschen langweilig. Vielleicht können wir ja noch beim Karussell mitmachen. Das ist aber voll. Sieht man ja. Hui. Wui. Ihr beide könnt gerne rauf. Wir wollen nicht mehr. Oh, das ist aber nett. Ich hoffe, es geht nicht zu schnell. Hoffe ich auch. Juhu. Nochmal. Hui. Das war aber cool. Ja. Echt cool. Was wollen wir jetzt machen? Ihr werdet euch alle abgeholt. Was? Warum das denn? Die Zeit ist schon rum. Also, wie sollt ihr euch für mal eure Rucksäcke nehmen? Dann sieht's wie ein Krawall aus. Die Zeit ist schon rum. Hier wird's... Hier sieht's ja auch ganz immer noch schrecklich aus. Oh ja, da kann ich recht geben. Hallo, hallo. Ich wollte meine drei Kinder abholen. Linus, Mara und Annabelle. Ja, ja, ich hol sie mal. Hi, Mama. Hey, Schatz. Hallo, Lena. Hallo. Wurdest du noch nicht abgeholt? Nee, aber gleich, bestimmt. Weil mein Bruder ist ja auch noch hier. Stimmt. Das ist aber gut. Oh, hi, Mama. Hi, Karissa. Hi, Mama. Hey, Schatz. So, ihr drei Mäuse. Ihr nehmt eure Rucksäcke. Papa wartet schon am Bus. Cool. Und verabschiedet euch von euren Freunden. Tschüss, Lena. Tschüss. Tschüss. Hallo. Hi. Endlich. Ich glaube, deine Tochter und dein Sohn haben schon auf dich gewartet. Ich hoffe es. So, Kinder. Sag Tschüss von einer Wärtsleer. Tschüss. 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 Tschüss, ihr drei. Ich hoffe, wir sehen uns morgen gesund und munter wieder. Hoffen wir auch. Tschüss. Na komm, Kinder. Wir sagen dann auch mal schon mal Tschüss. Ja, okay. Tschüss. Bis morgen. Bis morgen. Nehmt eure Rucksäcke mit. Nicht vergessen. Ja. Tschüss. 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 Ihre Kinder sind ja schon fertig gemacht. Ja, das freut mich sehr. Und sie kommt mit? Ja, das kommt sie. Das ist schön. Tschüss, ihr drei. Tschüss.